Endlich! Es ist wieder Fantasy-Zeit auf meinem Kanal und ob diese Waldhütte die beste Waldhütte ist, die ihr kaufen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Musik 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 Ahoi liebe Klemmersteinfans, hier ist euer Käpt'n Baubeer und heute habe ich euch die 85003 von Fantasy mitgebracht, die Forest Cabin oder auch Waldhütte genannt. Knappe 2000 Teile stark, preislich irgendwo zwischen 129 und 149 Euro angesiedelt, je nachdem welche Aktion ihr gerade mitnehmen wollt. Ein klassisches Fantasy-Set und das bedeutet Rubriksteine, alles Drucke. Damit können wir das Review eigentlich abschließen. Wenn ihr mehr Details wissen wollt, schaut euch die anderen 34 Reviews an, die mittlerweile online sind. Nein, Scherz beiseite. Auch ich habe tatsächlich noch was zu diesem Set zu erzählen. Fangen wir mal mit den groben Sachen an. Ich habe es schon erwähnt, Rubriksteiner, das heißt, ihr habt eine sehr gute Teilequalität, ihr habt eine gute Klemmkraft, ihr habt eine gute Entgratung, eine gute Farbtreue und so weiter. Einziges, wir haben uns Tröpflein an diesem Set und bei Fantasy ist es immer Jammern auf hohem Niveau, das müsst ihr euch einfach bewusst machen. Die Angrusspunkte von diesen 6x6 Teils, die sind mir ein bisschen zu präsent. Man muss dazu sagen, Rubriksteiner, hinziehen hochglänzend zu machen, bei Lego werden die jetzt einfach stumpf. So, das ist das Einzige, was mich an den Teilen gestört hat. Ansonsten hatte ich ein paar kleine Kratzer auf den Trans-Clear-Fenstern, aber das war es schon. Die Anleitung ist schön leimgebunden, hat einen schönen, gummierten, festen Umschlag. Ist vom Druckbild mir ein bisschen zu klein tatsächlich. Also für Fantasy-Verhältnisse ist die Anleitung klein. Ansonsten super einfach zu bauen, ein bisschen weniger fein granular, als ihr das zum Beispiel von den Astro-Boy-Sets gewohnt seid. Weil sich dieses Set wahrscheinlich eher an fortgeschrittene Klammerstein-Fans richtet. So stelle ich mir das zumindest vor in der Fantasy-Welt. Ansonsten aber trotzdem für jeden ohne Probleme zu meistern, der halt eben die Ausdauer hat, so ein Set zu bauen. Was leider Fantasy sich bei diesem Set hier gespart hat, oder beziehungsweise bei der Übersicht der Bauschritte, es sind DERA 10, oder nicht, es sind mehr, es sind DERA 13 tatsächlich, ist die Anzahl der Typen mit anzugeben. Normalerweise geben sie immer an, wie viele Typen zu welchem Bauabschnitt gehören. Das haben sie hier weggelassen. Gott knows why. Ansonsten, ihr kriegt eine hochwertige Verpackung. Die hat ein schönes Druckbild, die ist schön groß, das ist ein stabiler Karton. Da drinnen sind zwei Unterkartons. Ja. Oh, da habe ich den Grill umgerissen. Diese Unterkartons. Da findet ihr die Steinzchen-Typen dann drin. Mal kurz den Grill wieder anbauen. Uiuiui, habe ich hart mitgenommen hier. Ach. Da fällt noch die Lampe ab. So, jetzt sind wir aber wieder am Start. Die Steinzchen kommen in solchen schönen Fantasy-Tüten. Das sorgt natürlich dafür, dass ihr ein Premium-Gefühl bekommt. Fantasy, das P bei Fantasy steht für Premium. Wichtig zu wissen, preislich sind wir auch für alternative Klemmersteinhersteller schon am oberen Ende. Ein paar Teile sind übergeblieben. Es gibt diesen wunderschönen pinken Teile-Trenner, denn Fantasy steht auch für pink. Ja, auch wichtig zu wissen. Also Premium und pink. Und sie wären gerne auch der Inbegriff von Perfektion. Ja. Sind sie das bei diesem Set? Nein, sind sie nicht. Aber sie sind wie immer nah dran. Und wenn ihr die anderen 34 Reviews noch nicht geguckt habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei diesem Review, wenn euch das gefallen hat, ein Abo da lasst, ein Kommentar da drunter da lasst. Vielleicht ist es mit anderen Reviews vergleicht, was da besser ist, was hier besser ist. Ja. So viel dazu. Wir haben Anleitungen, wir haben Teile, wir haben Packaging. Also eigentlich geht es gleich los mit dem, was bei einem Klemmerstein-Set essentiell wichtig ist, der Bauspaß. Und bei einem Modular die Detailtreue. Also wie sehen die Innenräume aus? Wie ist das drumherum gestaltet? Es gibt da draußen mittlerweile, glaube ich, mehr Waldhütten, als in Dänemark rumstehen, aus Klemmerstein. Und kommen wir erstmal zu den Party Pieces des Sets. Dann haben wir es einfach schon mal hinter uns. Diese wunderschönen kleinen Szenerien hier am Rand, die sind modular. Also die könnt ihr abnehmen, die sind an zwei Pins angebracht an der Seite. Und es gibt sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite Technikbricks. Seht ihr hier. Und dann könnt ihr theoretisch, wenn ihr Lust dazu habt, das Ganze umdekorieren, wie ihr wollt. Also ihr könnt das Ganze drehen und dann auf die andere Seite machen. Ihr könnt auch einfach die Reihenfolge ändern, also das Barbecue nach hinten setzen und den Baum nach vorn. So. Da ist die Modularität gegeben. Das zweite Party Piece, dieses Dächer, sind nur aufgelehnt. Beziehungsweise aufgesetzt. Die könnt ihr abnehmen. Ihr seht, relativ große Fensterfronten. Das heißt, man kann auch gut reingucken. Aber ihr könnt beide Dächer abnehmen. Die sind auch echt solide und massiv gebaut. Die kann man gut in die Hand nehmen. Die sind hier mit so Hingeplates gelagert. Das ist aber alles wirklich, hat Hand und Fuß. GoBrick sorgt halt für die mögliche Klemmkraft, die man dafür braucht. Und dann könnt ihr das Innere bespielen. Also das ist ein ziemlich beeindruckendes Spielset tatsächlich. So. Und für YouTuber besonders toll. Man kann es super präsentieren dann. Man muss jetzt nicht lange irgendwie um heißen Brei herumgehen und irgendwie sich überlegen. Kann ich das auseinandernehmen? Ist das irgendwie fragil? Man nimmt einfach die beiden Dachhälften ab und dann ist der Drops gelutscht sozusagen. Und was noch schöner ist natürlich für jeden YouTuber da draußen, ist, man kann einfach die Seitenszenerie abklipsen. Ach, dieser Grill, der hält jetzt einfach nicht mehr. Tut mir sehr leid. So. Der ist jetzt eingeschnappt, weil ich ihn habe fallen lassen. Ich kann es verstehen über Grill. Ich wäre auch ein bisschen mellow. So. Und da kommen wir erstmal zur hinteren Szenerie. Das ist die Hot Top Szenerie. Oder die Junge, die Wetter. Gerade noch die Klemmkraft gelobt. Und jetzt bricht hier der ganze Bums zusammen, wa? Zitze, zitze. Was mache ich da bloß? Dieser Baum ist tatsächlich ein bisschen fragil. Ähm. Dafür lässt er sich relativ easy bauen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Die Blüten baut ihr leider ein paar Mal hintereinander. Ich, oh. Däger, was ist los? Habe ich dich irgendwie beleidigt oder so? Nicht hier, ich habe dich falsch aufgesetzt, glaubt, ne? Hier ist die klassische Hot Top Szenerie. Oder, wie man es auch anders nennt, Whirlpool. Oder Blubberbart. Oder wie man es auch immer nennen möchte. Ähm. Hier ist so eine kleine Bambuskulisse hinten angebracht. Mit diesem wunderschönen Baum. Wie gesagt. Der lässt sich für einen Baum relativ gut bauen. Klemmersteinbäume. Ich glaube, ihr wisst mir alle, das ist ein Problem. Da sollte man mal eine Therapiesitzung drüber abhalten. Die meisten Designer, die Klemmersteinbäume designen, bauen die wahrscheinlich auch nur einmal. Und dann ist hier so ein Whirlpool halt. Oder ein Spa. Leider sind hier einfach einmal eins Transblue und Transclear Dots reingekippt. Ja. Also ihr baut hier kein Wasser oder so. Da hat man sich nicht so die Mühe gegeben. Das hat man so ein bisschen von Lego abgeschaut. Aber wie ich finde, ja auch mit der kleinen Bodenbewachsung und so weiter sehr schön. Dann kommen wir zum Barbecue-Szenario. Dann haben wir ja einen kleinen konstruktiven Mangel. Und zwar sind diese Plates hier unten. Diese 2x, 6x8 sind das glaube ich. Oder 6x10. 6x10, 6x12 Plates. Die werden oben quasi von den Plate Modified gehalten. Die dann das Gras abbilden sollen. Und das biegt sich hier so ein bisschen durch. Das ist jetzt nicht so. Vielleicht hätte man da irgendwie noch, keine Ahnung, einen Rahmen drum gesetzt. Also damit es nicht ganz so komisch aussieht. Aber auch hier haben wir ein schönes Barbecue. Kann man aufklappen. Dann haben wir hier sehr schön eine kleine Sandburg. Hier sitzt ein kleiner Papagei. Hier gibt es ein bisschen Blümchen. Und natürlich dieses Baumstumpf-Motiv ist ein Print. Also fertig sind wir mit dem Garten, kann man sagen. Den Garten kann man links und rechts platzieren. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es keine Gartentür gibt. Also es gibt bei dem Gebäude eine Tür nach vorne raus und eine Tür nach hinten raus. Aber es gibt keine Gartentür. Zur Seite. Aber gut. Dann kommen wir hier zum Entree. Das Entree ist auch nur dran geklipst. Die Veranda nicht, aber das Entree hier. Also sprich die Treppe, die hier hoch geht. Hier haben wir einen schönen roten Blumenkasten. Einen schönen roten Briefkasten. Dann haben wir hier ein bisschen Bepflanzung und so weiter. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Im Brickporn, werdet ihr das auch schon im Detail gesehen haben. Sehr schön. Dann haben wir halt so eine Holzfassade vom Haus. Die ist relativ simpel zusammengesetzt aus normalen Plates, normalen Fliesen. Und dann halt eben ein paar Jumperplates und ein paar Wedgeplates. Das macht trotzdem sehr viel Spaß zu bauen. Allgemein besteht diese Fassade aus drei Schichten. Einmal haben wir ein weißes Steinfundament. Dann haben wir ein dunkelbraunes Unterfundament oder eine Unterfassade. Und dann haben wir den Überputz oder die Holzfassade. Das ist tatsächlich sehr süß gemacht. Auch sonst vom Detailreichtum im Obergeschoss haben wir einen Kicker. Dann ist da eine Katze mit einem Kratzbaum. Die ist auch sehr süß. Allein dieser Kratzbaum, meine Bitte. Wenn wir das Ganze drehen, dann sehen wir hier so ein kleiner gemütlicher Sessel mit einer Teetasse. Und da drauf, und daneben steht ein Regal. Und da ist halt noch ein kleines Modellschiffchen drauf. Nicht zu verachten ist auch hier dieser wunderschöne Ventilator mit integrierter Lampe. Die einzelnen Rotorblätter, das sind so kleine Minischies, die für Minifiguren eigentlich sind. Sehr schön gemacht, wie ich finde. Ich habe keine Ahnung, ob man das Obergeschoss so schmerzfrei abnehmen kann. Nee, kann man nicht. Ist aber auch egal. Dafür kann man das Dach komplett abnehmen. Dann haben wir hier die Küche. Mit einer Dunstabzugshaube. Her hat alles dabei, was man so denkt. Da haben wir hier eine S-Ecke, schön kariert, mit einer schön karierten Tischdecke. Auf der anderen Seite haben wir das Wohnzimmer mit einem Kamin und einem Retro-TV, würde ich jetzt mal sagen. Dann geht es die Treppe hoch. Unter der Treppe ist nochmal ein Sideboard. Und hier ganz versteckt, hinter einer Tür, ist dann auch noch das Schlafzimmer. Oder wie der Amerikaner sagen würde, Master-Bettroom. Die Türen sind Schiebetüren. Das Prinzip ist relativ simpel. Was fehlt, tatsächlich, ist ein Badezimmer. Das haben sie irgendwie vergessen. Also wer mal die Notdurft verrichten muss, der muss halt rausgehen. Ist ja auch eine Waldhütte. Da kann man halt sich im Wald erleichtern. Ansonsten ist ja alles gedacht worden. Wer bei diesem Set Urlaub hatte, war der Fliesenleger. Denn sowohl das Erdgeschoss als auch dieses obere Geschoss, der Boden ist nicht gefließt. Das ist alles offene Noppe. Das ist wie ihr das von Lego gewohnt seid. So, damit ich jetzt nicht nur labere, dass das relativ einfach geht. Also hier. Und dann ist das Haus wieder vollendet. Der kleine schiefe Schornstein mit der Eiskugel als Rauch ist auch eine schöne Anekdote. Das Ganze baut sich dank der wunderbaren Anleitung, die wirklich keine Wünsche offen lässt, relativ fix von der Hand. Die Teileanzeige gibt Fantasy grob mit 2000 Teilen an. Das muss nicht bedeuten, dass es 2000 Teile sind. Das können auch 1950 sein oder 2031. Fantasy ist da nicht so, dass sie das genau angeben. Ich würde sagen, ich habe vier Stunden daran gebaut. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, das zu bauen, weil es einfach sehr entspannt ist, sowas zu bauen. Für Leute, die nicht gerne Fliesen legen auf Böden bei Modular Buildings, ist das auch eine Empfehlung wert. Es gibt Menschen, die sagen, wenn es keinen Boden fließen darf, ist es kein entspannter Bauen. Es ist kein ordentliches Modular Bildung. Die werden hier auch leer ausgehen. Ich weiß, dass Fantasy noch mehr Modulars im Vorlauf hat, sozusagen. Auch zu interessanten Themen durchaus. Und ich würde sagen, wenn euch das stört, dass das hier nicht gefließt ist, dann schreibt ihn doch einfach. Vielleicht ändern sie es dann. Ansonsten kann man jetzt natürlich hier wieder die Szenerie so schön dran machen. Und dann kann man das hier nehmen und das da auch nochmal so dran batschen. Und dann sind wir alle wieder glücklich, weil dann sind wir alle wieder beisammen. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Waldhütte. Und wenn der Preis euch zusagt und ihr mit den ein, zwei Einschränkungen, die ich gerade gesagt habe, also nicht gefließter Boden und ein paar kleinen konstruktiven Mängeln und hier diesen Angusspunkten, den kleinen Komfortfeatures, die man bei Fantasy weggelassen hat bei diesem Set, wenn ihr damit leben könnt, dann ist das ein No-Brainer, wenn ihr noch eine Waldhütte braucht. Das ist so ein bisschen das Set zum Review. Also es gibt schon 34 Reviews zu diesem Set. Es gibt auch schon 34 unterschiedliche Waldhütten von Morg, von Lego, von Mold King, von Funhole. Da habe ich ja auch schon eine vorgestellt, die beleuchtete Waldhütte. Ich finde tatsächlich als Spielset ist das ziemlich gut brauchbar. Mittlerweile spart sich Fantasy in Europa die Minifiguren aus, schlicht und ergreifend, weil sie Angst vor Lego haben. Das ist ganz klar, die wollen nicht abgemahnt werden. Ansonsten gibt es unten in der Infobox eine Verlinkung zum Amazon-Shop bei Fantasy. Da kriegt ihr auch noch mit meinem Code ein bisschen Rabatt drauf, dann wird es noch ein bisschen billiger und dann kriegt ihr das halt auch innerhalb von 24 bis 48 Stunden von Amazon zugesteckt. Ich selber liste Fantasy nicht bei mir im Shop, www.captain-bauer.de schlicht und ergreifend, weil die Marge für mich so gering ist, dass ich die Amazon-Preise gar nicht mitgeben kann. Lohnt sich einfach nicht, ist so. Ansonsten, ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über einen netten Kommentar, ich freue mich über einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielleicht auch was von Fantasy. Vielleicht diesmal beleuchtet. Wer weiß das schon. Bis dahin, bleibt gesund, baut was Schönes. Euer Captain.